Hallo und herzlich Willkommen, da sind wir wieder in SOS, weil ich mit dabei ist der Patrick, der Kuboid, der Killerkicks. Ich renne und friere kein Leben. Schnell, wir müssen hier hoch. Und wer von uns ist VIP? Ich. Ja. Hast du klar? Wir spielen den VIP-Modus. Auf einer abonnierten Karte Warhammer 400, 440.000, 40.000. Werde dich gerade abgeschopfen oder was du? Nein, ich schieße einfach nur rum. Wieso machst du das? Weil er es kann. Ich bin hier Albin. Sie kommen, Patrick. Robert, komm hier rein. Okay, alles klar. Ich bin ja VIP, das ist ja behindert. Auch gut. Weil, wie kann man nochmal in den Chat schreiben? Bin ich T? 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 Ja, an zu chat. Alter, ich werde getroffen. Ich werde getroffen. Revolver hat mehr Präzision. Meinst du? Danke, dass du das besagst. Fittig. Komm her, komm her. Versteck dich nicht, du kleiner Noob. Ich werde totgeschossen. Ich habe noch zwei Lesen. Ich auch. Und dabei habe ich dich bloß ein paar Mal getroffen, Junge. Ja, ich brenne. Alles klar. Alter, der war No Scope, Patrick. Der war No Scope. Da ist er, da hinten. Du willst ja, aber ich lebe, ja. Ich habe ihn einmal getroffen. Versteck dich. Killer Keks. Los, versteck dich, Patrick. Ich regle das hier schon nicht. Ich schon. Warum ist mein Ping schon wieder so radios schlecht? Ja, das ist normal. Das musst du als... Meine Haare ist geil. Kommst du mal ran? Ich? Ja, du... Soll ich das machen? Oh nein. Patrick, du bist auf dich allein gestellt. Wieso? Ah, nee, da bin ich ja schon wieder. Wenn du respawnst. Schon dich respawn, ja. Ist so blöd. Ja, ich bin so sehr duäppig. Sorry. Robert, guck mal, wo ich bin. Alles klar. Mann! Wo warst du? Hä, welcher bin ich? Oh, leil. Sorry. Du, fass mich nicht. Siehst du mich, Robert? Ja, richtig geil. Fass mich nicht, du bist schlecht. Nein, cool. Schnauze. Äh. Wieso? Genau, da müssen wir wieder hin. Nee. Ich hase euch. Ich bin ein Hase. Ich bin schon wieder VIP. Was für eine Scheiße. Was für ein Scheiß. Ich komme hier nicht hoch. Alter, ich habe hier gerade einen richtig geilen Gang. Wo bist denn du? Was sage ich dir doch nicht. Geil, ich gehe angreifen. Ich will doch bloß einen Molotow-Cocktail abwerfen. Bleib doch da. Warum willst du das? Weil es lustig ist, wie du nach vorne rennst und brennst. Waaah. Dein Leben ist nicht so wertvoll wie meins. Fuck you. Ich komme. Das kann man in diesem Modus wirklich sagen. Nehmen wir schon. Ja, endlich schon. Ich spiele auch nicht. Haha. Oh. Ähm. Okay. Tschüss. Patrick. Viel Spaß. Ja. Warum? Ja. Hier. Die kommen hier gleich. Die kommen hier gleich an. Deswegen. Und was machst du? Ja. Angreifen. Und wieso soll ich viel Spaß haben? Ach, nur so. Macht doch bestimmt Spaß, oder nicht? Macht doch ganz bestimmt Spaß. Lass mich. Alter. Ich bin tot. So. Perfekt. Ich mag das MG voll gar nicht. Das ist voll scheiße. Ja, ist es auch. Voll gar nicht. Aber gerade hat er echt's gebracht. Ja, meine ich doch. Hä? Was labere ich? Gerade hat er's echt gebracht. Ja, meine ich doch. Ist das eigentlich schon Frau-Mutter? Ja, ja. So. Dumm? Hast du's gar nicht zugehört? Nee. Coole Leute hören nicht zu. Coole Leute lassen zuhören. Hallo? Nein! Ich bin die ganze Zeit hinter dir hergelaufen. Nein! Scheiße, nein! Ey, beide! Geh weg! Nein! Wenn du so scheiße bist und... Wirf doch einmal auf Toffcocktail über den Waden. Hö! 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 Und jetzt hat's ein VIP hinterher los. Perfekt! Ich hab ihn noch getroffen, aber nein! Nope. Wie oft haben wir jetzt schon gewonnen? Dreimal? Nein, mein Ping geht wieder hoch. Aber abends ist er immer so scheiße. Hö! 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 Patrick sagt überhaupt nichts mehr. Kein Bock mehr, oder was? Nö! Achso! Hö! 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 Es sind ja sechs Minuten vergangen, ey. Wir haben noch Zeit. Achso, ja, drin. Hö! 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 Wo bist du? In der Lobby? Und selber? Na, weil das Spiel vorbei war, du Honk. Oh. Es ist langweilig, oder? Ja! Lalla, langweilig. Kommt dann eigentlich in die Hauflabe. Ja, ich... Das kommt mit rein. Jetzt starten wir die Karte neu. Oh, scheiß... Jetzt starten wir das Spiel neu. Nö. Nö. Du bist jetzt, ähm, Ding. Alles klar. Dann machen wir jetzt one on one. Auch witzig. Tschüss. Ciao. Ich moin. Ja, wissen nicht. Los geht's, lass mal auf Gastgeber warten. Ich bin Gastgeber. Spiel abgebrochen, von wem denn? Keine Ahnung. Alles klar. Ich starte. Ich starte und da steht bei mir das Spiel abgebrochen. Lol. Jetzt bin ich alleine. Ich mach mal kurz den Lobby auf. Einladen und einladen. Ich gehe nicht über deine Einladung ein. Oha. Patrick. Krass. Patrick. Ja? Kommst du mit rein? Ich mach grad ne Lobby. Oh, dann kommst du zu uns rein. Ja, das wär viel einfacher. Die beide gegen mich, wie wärst du? Nein, ich komm nicht. Ich hab echt ordentlich was. Ja, starte halt einfach, Robert. Blup, blup und blup. So. Jetzt hast du insgesamt irgendwie zwei, drei Minuten damit verbracht, das einzustellen. Alles klar. In Ordnung. Es funktioniert nicht. Wenn ich starte, kommt sofort das Spiel abgebrochen. Dann komm ich zu Patrick. Okay. In der nächsten Aufnahme wieder, wenn es wieder funktioniert. Junge, es ist doch jetzt acht Minuten vorbei. Alles klar. Ja. Dann eben nicht. Dann mach ich... Dann komm ich jetzt eben noch rüber. Ja, ist so. Klappt aber nicht. Oh, also doch, komm Tolo. Jetzt geht's. Komm schon. Ich musste nur einfach nochmal draufklicken. Nee, es wird gesucht auch. Das ist nie gut. Auf Gas gehst du. He he lol. Spiel beginnt in 1, 2, ja, okay, es wird gesucht. Ich sehe das bei dir aber auch immer, da irgendein bisschen auf die Gestaltung. Auf Gasgeber, warten. Laden, laden. Ich würde sagen, wir karten an dieser Stelle, oder? Ja, ich glaube, es wird hier nichts mehr. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, ja, bis dahin. Nochmal, ciao, ciao. Ich will mir immer noch, ja, Bewertung nicht da lassen und abonniert mich. Nein, Spaß. Okay, bis zum nächsten Mal, ciao. Tschüss. Weiß nicht, professionell. Ja, ich nehme noch auf. Abonniert mich. Jetzt hör doch mal ruhig, ich höre euch jetzt auf. Scheiß, abo, geil. Ciao, tschüssi.